3, 2, 1, packen wir's. Ja, es gibt viele verschiedene, aber ich bevorzugte Basti. Ich mich verbessern will und Erfolge feiern möchte. Die Größe. Schwer zu sagen, ich bin noch viel mit dem Umzug beschäftigt, aber die bayerischen Lokale sag ich jetzt mal. Schmanker. Maultaschen. Golfen. Niklas Süle. Ja, viele schöne Jahre. Wertvollstes Tauschtrikot. Tauscht eigentlich selten ein Trikot, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mal für meinen Bruder eins besorgt von Piqué. Bester Gegenspieler. Arturo Vidal. Früher in der Jugend. Bernd Schneider. Wüsste ich glaube ich selber nicht. Mein erstes Profigehalt, schwierige Frage. Möbel gekauft für die erste Wohnung. Die Übersicht. An allem. Mein erster Titel und somit was sehr besonderes. Ein Bild von meiner Frau und mir am Züricher See. Daumen hoch, Lachsmiley und den Affen. Daumen hoch, Lachsmiley und den Affen. Ja! Ja!